Ich war drei Monate im Knast gewesen, derzeit wurden 2000 Mark vertelefoniert. Boah, wen hast du denn angerufen? Daisy! Und drei zu der vier, Dennis zu dem Reel und hoff Runkies vor deiner Tür, ich hoffe wir kommen nicht umgelegen, grade okay? Ach ja, die Jungs haben alles umgetreten, schade fürs Bild und jetzt raus mit der Sprache, bevor ich aus zu dem Gaste, wofür steckst du deine verschissenen Bravo-CDs? Du weißt genau, wovon ich rede, nehm ich an, du brauchst mir zu unterschreiben, den Rest regele ich dann. Deine Mom hat uns gerufen, sie wusste nicht mehr weiter, sie meinte jeder versucht nicht zu ändern, der gescheiter, lang hat sie geschwiegen. Sie toleriert euch vieles, doch der Spaß hat wirklich auch bei einem Sohn, der nicht mehr real ist. Es ist gerade um acht und ich lieg schon wieder wach in einem Bad, was ich nicht kennt, so viel getankt die letzte Nacht. Ich denke noch nach, wer liegt wo neben mir im Bad, da guckt Jackie mich an und lacht. Momentin Jimmy aus dein Cash, Dennis. Ich schrecke auf und merke sofort, was hier geht, spring aus dem Bad, doch hab mein Fuß wie eine Korde verdreht. Kann mich deswegen auch gerade nur durchs Krabbel bewegen, dann brüllt Jackie jetzt doch und hält mir eine Knarre an Schädel. Das Shit is real, Dennis, wenn Open Loops rollen, ich bleib straight, lean back, egal was all die Noobs wollen. Deine Jungs gegeneinander, sie auf Vollketten, dabei helfen sie, sie aus plastisch gemachten Bleuketten. Meistens bin ich genau wie Jazz, unokonisch pleite, drück auf Rack, ihr Gewicht, über muskuläre Oberweite. Was ist nur los mit Leuch, mal scheiße noch mal, nicht einmal eins, wenn ich für eure Scheide bezahlen. Oh Shit, das ist D-Doffel-NES, zu dem Real-E-Mutter-Picker, also kommt schon beviel Stress. Denn heute hab ich einen Special Guest im Gepäck, der keine Gnade kennt, der stirbt bevor er wegrennt. Ich brauch euch wohl nicht zu sagen, wie er heißt, denn er ist Trunky Nummer 1 und der, Trunky Nummer 1 und der, Trunky Nummer 1 und der, Trunky, Trunky Nummer 1 und der, Trunky, Trunky Nummer 1 und ... Der Shit geht unter die Haut wie bei Jigsaw, geht unter die Haut wie bei Splitsa und ihr Dicksaw. Ein kleiner Tipp am besten, du machst keinen Aufwandfuck, denn sonst werd ich zu dem Spaß, der der Kopf gerade fast verpackt. Wuh-Ha! D-Doppel-N- Vi-Mutter- eachetrick- Die Doppel-N- Esta dem ist ja noch wie Let's Yes ist immer noch dann im ali-Resalah ready to médi- بال war archiv zu brechen 잘 det Du hast die doppelt mein Gesetz ist erstetzt nicht wie du denkst wie du'dennest dichst wie die Identity-Buy, damit wäre ich menschlich treĩnd und schlimm wann hau mal geht! Überleben ist die ganze Kunst Gib mir die Cash, just man, ich lebe von der Hand in den Mund Cash, Root, everything around me ist der ganze Grund Ist der Digi, Digi, Dan, yo Die Landbekannte Schnapsdrossel, also komm mir nicht mit Deinen abgefuckten Kackflosken Von wegen, dass ich zu besoffen für den Club wär mein Cooker Ich verspreche, ich nehm auch keinen Schluck mehr Maximal für 20 Sekunden, du Arschnase Bin ich erst mal drin, da gibt's 20 Tropfen von Glas Klaren Hausschnaps, der wird gebraut aus nem Kau Dass ich sofort in die Hölle schüchern kann, wenn du nicht aufpasst Verdammt, ich will das, ne ich brauch das Ich bin Alkohol, verdammt, ich will das, ne ich brauch das Eyo, deine Freundin macht auf Knowledge Quatscht von Kares One und sagt, am geilsten war der Track mit DJ Tomek Je als YouTube-Kommentator bekommst du dir noch Hartfurt Doch auf Bühnen zittert das Mic in deiner Hand wie ein Vibrator Schlag zu den Drops Gib mir ein Fuck zu den Drops Eyo, Pete, whatever, whatever, Pete Eyo, wenn du down mit dem Scheiß bist Komm zu den Dropcrunkies und wir rauchen dann dein Splitt Nimm dir nen Pilz, wenn du willst, kannst du auch zwei hacken Ich sag grad kein Hacken, wir wollen die nicht breitschlagen Schenken nur rein, Wein, nein, keine Geschmacksbestärker Der Stoff muss das sein sein Es wird hundertprozentiges, wie du Semper verwenden Bis die Fingerbund gedickt sind und die MPC am Brennen ist Das ist der Genesis, das ist Tennis, the Madness ist Direkt, das ist der Genesis, das ist Tennis, the Madness ist Direkt, das ist der Genesis, das ist Tennis, the Madness ist Ich sag mal, watch out, watch out, watch out Eine Kooperation nicht mit dir, nein Komm Bruder, siehs ein Das ist nicht drin wie beim Flotten 3er zu viert sein Oder wie beim Tischtennisturnier In der Umkleide der Damen Dennis was here, yeah Dennis was here, yeah Das ist nicht drin wie beim Flotten 3er zu viert sein Das ist nicht drin wie beim Flotten 3er zu viert sein